Einmal über die Straße rüber und wir sind ja eigentlich im Schneeparadies. Wir sind auf 1360 Meter und plötzlich mitten in einer läufigen Wolke dazu im Hochnebel. Das ist die Markierung für den Winterwanderweg. Hatte Maria in Bethlehem vielleicht noch einen Stall, hier in der Schweiz hatte sie zumindest eine Bank. Und dann klart es zwischendurch immer mal wieder auf. Das wäre ein Klassiker, magnetisch. Der Winterwanderweg Untertitelung des ZDF, 2020 Musik 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 Musik